Hä? Eine LOL-Kiste. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, was? Na, wo? Siehst du mich, siehst du mich? Hier, 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 guck. Nicole, andersrum! Ja, was? So. Halleluja und herzlich willkommen jetzt drüber in eure... Hä? Let's play. Ja. Läuft bei uns. Meine Kraft mit der Nicole und der Nicole. Wieder mal das beste Team ever und so. Ja, ja, Nicole und Nicole. Läuft bei uns. Ich auch. Und wir spielen Trap SG. Ja, und wir machen alles weg und man wird es wahrscheinlich sehen. Hä? Was ist denn das, Alter? Oh, scheiße, nein. Nicole! Du bist da vor mir, da ist eine Kiste. Ich nehm die gleich. Alles klar, ich nehm, ich nehm es. Okay. Boah, ich hasse diese Map. Ich kenn diese Map noch nicht mal. Nein! 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 Laufschlampe, nein! Weißt du, wo du bist? Weißt du, wo du bist? In das Haus da rein, in das Kuchen. In das Haus da rein? Ehrlich? Hui. Ja. Es explodiert! Was, das Haus? Wo bist du, Nicole? Nicole! Äh, hier sind so viele Häuser! Das fängt ja schon gut an. Nicole, spawn. Spawn. Laufspawn. Ja, ja. Nicole, wo bist du bloß? Stirb mit nem Kuchen! Okay. Ja, tötet euch selber. Ich bin das! Ich bin das! Mama, ich brauch' ich... Was? Nein! Leute, nein, ich kann die... Nein, nicht mit nem Kuchen. Nein, nicht mit nem Kuchen. Das funktioniert nicht. Schon wieder. Hinter dir ist noch jemand. Das ist der Askel. Ich hab so das Gefühl, ich werde verfolgt. Was für'n Scheiß. Du wirst dich verfolgt. Nicht mehr. Weißt du, der Scheiß ist? Du erkennst mich nicht an meinen Skin, weil mein Skin wahrscheinlich neu ist für dich. Tötet euch gegenseitig. Demi war die andere, die getötet hat. Und dann schreie ich rum. Und du einfach mit dem Kuchen. Nein! Oh, jetzt kommen die zwei... ...vom WC, jetzt kommen deine Freunde. Aber da sind voll viele Dinger drin. Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, rein, rein. Lass mich da rein. Rein, rein, rein. Mach die Tür hinten zu. Geh einfach noch hoch. Geh einfach hoch. Geh einfach. Geh einfach. Weil jetzt kommen die Zombies. Die ficken dich. Nein, die wollen das spielen. Oh, hallo? Hä? Verarsche? Ja, ist klar. Geh einfach hoch, ne? Geh einfach hoch. Lass mich runter, ihr Mistviecher. Ah! Zum Glück habe ich einen Kuchen. Zum Glück können die hessischen Dinger nicht Leitern laufen. Ehrlich? Boah, sind das viele, ne? Ehrlich? Das ist unendlich viel. Boah, die wollen alle runter zu dir, ne? Ja, ich will aber nicht spielen. Nein, 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 nein. Hallo? Hallo? Ein Zombie kommt sogar gerade runter mit der Leiter. Ehrlich? Ehrlich? Ja, mach die Tür noch auf! Lauf, Nicole! Oh, scheiße. Ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch! Nein! Mir ist doch hart doll aufgefallen, dass du irgendwie dein Skin anders gepixelt hast. Ja, ein kleines bisschen. Er sieht jetzt weicher aus. Ja, ne? Von der Textur her. Ah, wieder eine Pädestriste. Na, guck mal. Wo läufst du lang, Alter? Da, 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 da! Nicole! Komm her! Ja, sorry! Freut dich nicht über meine Pädestriste, Alter! Ey, komm! Das sah voll geil aus! Oi, guck, meine Pädestriste! Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Kann man das essen? Da hinten ist eine Kiste! Ha! Da war irgendetwas. Was? Oh, lol. Ja, verbrenn mich. Ja, 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 ja. Machst du toll, Nicole. Ich seh dich brennen. Das Gönle Sonnfeuer! Meine Kiste explodiert gleich! Swiffi! Jawohl, geh bitte lang! Alles klar. Wir fahren bis hin Bahn. Guck mal, da oben. Wo? Nee, wir fahren keine Bahn. Wir gehen jetzt nach oben in den Turm und bringen Rapunzel um. Okay. Du kriegst jetzt richtig hart die Achse. Was ist denn die Fresse? Nee, 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 nee. Komm her, Rapunzel! Stopp! Hä, lol! Ach so mit dem Brot! Oh mein Gott, bin ich blöd! Nein, Rapunzel! Aus Rapunzel! Aus Rapunzel! Yay! Ich hab Rapunzel umgebracht! Jam, 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 jam! So ne Rüstung? Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Runterstellen, runterstellen! Da, da... Kann man das hier... Hier nimm, nimm... Ich hab... Ach so, ich hab ne Rüstung! Läu... Woher ist denn? Es gibt so ne Rüstungskissen, wo die Kiste dich dann direkt anzieht. Äh, ich hab... Ich hab... Ich hab dazu ein Schwert? Ja... Nee, ich hab... Ich hab ja die Axt, deswegen hab ich den Typen hier umgebracht. Ach so... Oh nein! Nicht das Fleisch essen! Das ist so'n gesund mein Kind! Richtig romantisch hier! Und der Giftregen unter nem Baum, ne? Wie herrlich! Hä? LOL! Ich wusste das nicht! Aua Mama! Ich hab den Regen ins Gesicht bekommen! Hä, wo bist denn du? Hat's aufgehört zu regnen? Aua! Ja, komm! Ah, ey! Erstmal Regen abgekriegt hier! Hä? Ne LOL-Kiste! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her! Ja, was? Na, wo, wo? Siehst du mich? Siehst du mich? Hier, 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 guck! Da! NICOLE! Ich hab keine Ahnung! Boah, ey! Nein! 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 Willst du mich eigentlich verarschen machen? Mann, ändert doch nicht immer so oft dein Skin! Das verwirrt mich voll! Es wird explodieren! Oh! Oh! So! Vorne! Ah! Wo bist du? Hinter dir, Mann! Okay, sehr schön! Jetzt bin ich vor dir! Hä? Du, du bugst... Ich wurde telefoniert! Nein! Scheiße, wo soll ich jetzt langlatschen? Also ich lauf da hinten einfach in meine Mitte hin! Nicole! Ja! Please! Was? Come here to me! Oh, das Mensch! And see if me leave! Komm her! Komm her! Komm her! Ja! Ja! Leck noch ein bisschen mehr rum! Oh, LOL! Diese blöde Explosionsruhe hat meine... Ohhhh! Leck! 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 Das ist Neuland für mich, so wie das Internet! Ich bin in der Mitte! Hallo! Nicht schlagen! Ich hab ne bessere Hose, hier! Hier! Kettenpanzer! Ohhhh! Und, äh... Steinschwertfall zunit! Ich wurde teleportiert! Da ist jemand, da ist jemand... Hey, hey, hey! Achso! LOL! Sag das! Nein! Ich hab das doch gesagt! Alter! Nicole! Ich bin in der Mitte! 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 Ja? Okay! Da rennt du gerade weg? Ja, oh! Ich hab nicht mehr viele Herzen! Die Zeiss! Ich bin in der Mitte! Was? Oh, lol. Was? Hab ich dich getötet? Ja, nein! Oh, was ist denn? Was ist denn? Wir waren gerade im Begriff zu gewinnen, okay.